Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar um Hautpflege. Speziell geht es darum, welchen Hauttypen habe ich. Und dann stelle ich euch Produkte vor, die ich euch für Fettig- bzw. Michhaut empfehlen kann, weil ich die selber habe und euch da Produktempfehlungen geben kann. Bleibt also dran! Jetzt geht es darum, wie bestimme ich meinen Hauttypen. Und zwar ist es so, dass es verschiedene Hauttypen gibt. Es gibt einmal trockene Haut, dann gibt es empfindliche Haut, es gibt fettige Haut und es gibt Michhaut. Das heißt, ihr habt dann beides. Jetzt ist es gar nicht so einfach, seinen Hauttypen zu bestimmen. Vor allen Dingen, da der sich jahreszeitabhängig ändern kann und auch tagesformabhängig ändert. Aber so eine grobe Tendenz kann man schon sagen. Ja, jetzt geht es darum, wie teste ich das? Also, was ihr machen könnt, ist, ihr reinigt euer Gesicht morgens oder am Laufe des Tages und benutzt keine Creme danach, sondern einfach nur wirklich das Gesicht reinigen und dann wartet ihr einfach, fasst euch dabei nicht ins Gesicht, weil das kann halt auch fettige Rückstände hinterlassen, so 20 Minuten oder so. Und dann nehmt ihr euch einen Spiegel und guckt, was mit eurem Gesicht passiert ist. Jetzt kann es folgende Ergebnisse geben. Erstes Ergebnis ist, eure Haut sieht frisch aus, normal, also nicht besonders fettig, nicht besonders trocken, sie spannt mich. Und das heißt, ihr habt normale Haut. Dann kann es so sein, dass die Haut sehr gerötet ist. Dann habt ihr empfindliche Haut. Empfindliche Haut kann auch kombiniert sein mit trockener und öliger Haut. Das heißt, ölige Haut und empfindliche Haut schießt sich nicht zwangsläufig aus. Dann kommen wir zu trockener Haut. Dann habt ihr halt ein, so sieht man, so Hautschüppchen und ihr habt dann ein sehr trockenes Gefühl. Wenn ihr lächelt, kann das sein, dass die Haut spannt. Und das ist dann die trockene Haut. Und dann gibt es noch die ölige Haut. Da ist es dann so, dass ihr richtig hier so glänzende Stellen habt. Vor allen Dingen in der T-Zone, aber auch hier an den Wangen. Der Unterschied zur Mich-Haut ist nämlich, dass es da eigentlich so ist, dass nur die T-Zone betroffen ist und ihr hier halt normale Haut habt. Aber die Unterscheidung zwischen Mich-Haut und öliger Haut ist ein bisschen schwierig. Da ich eher so zu Mich-Haut, zu ölig neigende Haut habe, möchte ich euch jetzt mal sagen, was denn die ölige Haut charakterisiert. Es ist so, dass ihr, wenn ihr in den Spiegel guckt, sieht eure Haut ein bisschen fahl aus. Sie ist grobporig und halt glänzend. Und ihr habt auch eher unreine Haut. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es eigentlich, dass ich eher Pickel bekomme, wenn ich fettige Haut habe, als wenn ich keine fettige Haut habe. Es ist so, dass es ja an eurer Teigdrüsenproduktion liegt. Also die produzieren quasi das Fett in Anführungszeichen. Und bei öliger Haut ist es so, dass mehr Fett produziert wird, als eigentlich gebraucht wird. Und das freut besonders die Bakterien, denn die fühlen sich auf fettigem Untergrund besonders wohl. Problem ist, es verstoppt eure Poren. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Allerdings möchte ich euch noch eine positive Nachricht sagen. Es ist nämlich so, wenn ihr ölige Haut habt, dann habt ihr im Alter weniger Fall. Also ist es nicht alles negativ. Aber um das Hautbild in den Griff zu bekommen, möchte ich euch jetzt meine Top-Produkte für Ölige bzw. Milchhaut vorstellen. Mir haben die super geholfen. Mein Hautbild hat sich seitdem an super verbessert. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal mit den Produkten aus. Als erstes möchte ich euch zwei Wörter vorstellen, die eure neuen Favoriten sein müssen, wenn ihr fettige Haut habt. Und zwar ist das erste Wort, die Salicylsäure, das ist euer neuer bester Freund. Denn diese wirkt antibakteriell und fördert zudem die Abschuppung der Haut, also der Hornschicht. Dadurch können die Viporen weniger verstopfen. Was gut ist, damit ihr nicht so viele Pickel bekommt. Das zweite Wort ist Comedogen. Das ist ein Begriff dafür, dass Produkte eure Poren nicht verstopfen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, weil man geht ja schon mal davon aus, dass Make-up halt die Poren verstopft oder Primer oder was auch immer. Aber es ist tatsächlich auch so, dass eure Reinigung eure Haut verstopfen kann. Aus diesem Grund möchte ich euch jetzt ein Reinigungsprodukt vorstellen, was die Haut nicht verstopft und was euch hoffentlich hilft, euer Hautbild zu verbessern. Das ist nämlich hier von AOK, dieses Reinigungsgel, Waschgel. Regulierendes Waschgel mit weißem Tee für Milch und unreine Haut. Das gibt es sowohl im DM als auch im Rossmann. Kostet nur 2,99 Euro. Die Produkte, die ich euch vorstelle, sind generell alle ziemlich preiswert, bis auf eine Ausnahme. Seht ihr ja gleich. Auf jeden Fall kann ich euch das Waschgel super empfehlen. Vor allen Dingen in Kombination mit einer Gesichtsreinigungsbürste. Ich habe jetzt leider nur diese hier. Das ist eigentlich ein Gesichtsepilierer. Also der kommt halt auch noch mit so einem Aufsatz von Braun. Der kostet 44 Euro. Aber wenn man hier die Bürste anmacht, die ist halt nicht besonders schnell. Aber es gibt auch in der Drogerie bei DM und Rossmann so Bürsten, die nicht elektrisch sind und die sind dann recht preiswert. Die kosten nur so um die 3 Euro, denke ich. Also das könnt ihr auf jeden Fall auch verwenden. Denn hiermit habt ihr zu einem einen Peeling-Effekt. Das heißt, die Hauptschüppchen, die sich in den Poren sammeln können, werden schneller abgetragen. Und zum anderen ist die Reinigung mit so einer elektrischen Gesichtsbürste oder einer Gesichtsbürste insgesamt einfach gründlicher, was gut für euch ist. Dann kommen wir als nächstes zu Cremes. Diese können nämlich auch eure Poren richtig doll verstopfen. Hierzu habe ich zwei Cremes aus der gleichen Serie. Einmal eine Tages- und einmal eine Nachtpflege. Und zwar ist das die Hydra Bomb von Granier Skin Aktiv. Das hier ist die Tagespflege, wenn man das mal aufmacht. Das ist so eine, ja, rosa Pflege und die ist nicht so fettig, sondern die ist recht flüssig. Danach habt ihr nicht das Gefühl, dass eure Haut so richtig, richtig einen Fettfilm drauf hat, sondern die zieht ziemlich schnell ein, was ich sehr mag. Weil ich mag dieses Gefühl, wenn ich sonst schon fettige Haut habe, nicht, dass ich, wenn ich die Pflege benutzt habe, dann noch mehr glänze. Die ist auf jeden Fall sehr angenehm und gut, weil die halt auch nicht die Poren verstopft. Dazu habe ich dann auch das Äquivalent und zwar die Nachtpflege. Die kosten beide so unter 5 Euro. Also die Tagespflege kostet 4,85 Euro und die Nachtpflege 4,99 Euro. Natürlich, die hier ist blau und hat ein bisschen, ähm, hat ein bisschen, ja, so eine, ein bisschen öligere Konsistenz. Ist auf jeden Fall ein bisschen öliger, aber jetzt auch nicht so, dass ihr Probleme damit bekommt, sondern die ist wirklich gut für fettige Haut geeignet. Für trockene Haut würde ich euch die auf keinen Fall empfehlen. Also alle Produkte, die ich hier vorstelle, würde ich nicht für trockene Haut empfehlen. Nur damit ihr gewarnt seid. Jetzt geht es noch ein bisschen um so Zusatzprodukte. Das war ja jetzt so eine Basispflege. Und zwar ist es so, dass ich mir als erstes immer abends das Make-up hier mit diesem Hydra Boost von Neutrogena abschminke. Und zwar ist das ein Mizellenwasser. Da steht zwar Hydra Boost, aber ich persönlich habe dieses Gefühl, wenn ich ganz normales Mizellenwasser benutze, dann habe ich immer so ein total seltsames Gefühl nachher auf der Haut. Und nach einigen Minuten ist das dann so richtig fettig bei mir. So ganz seltsam. Das habe ich bei diesem hier nicht. Von daher kann ich euch das auch empfehlen. Das kostet, ja, 4,95 Euro. Also es ist ein bisschen teurer, aber es ist jetzt auch nicht so besonders teuer. Das kriegt ihr auf jeden Fall im DM. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch im Rossmann. Müsst ihr mal gucken. Ich stelle euch wieder alle Links unten in die Infobox. Dann habe ich hier auch so einen kleinen Helfer. Das sind Anti-Pickel-Patches von DM auch. Das sind so kleine durchsichtige Pflaster, die ihr euch abends aufs Gesicht kleben könnt. Und die sollen eure Pickel über Nacht entfernen. Ich glaube, die müssen 8 bis 10 Stunden einwirken. Das Ganze kostet irgendwie 2 Euro, 1,95 Euro, glaube ich. Es ist nicht so, dass eure Pickel über Nacht damit verschwinden. Aber die sind kleiner. Also hier ist auch Salicylsäure drin. Und das Ganze entzieht dem Pickel quasi die Feuchtigkeit. Und dadurch werden sie kleiner. Es hilft auf jeden Fall. Und wenn ihr das abends immer drauf macht im Bett, die halten auch richtig gut auf der Haut. Dann habt ihr auf jeden Fall am nächsten Tag ein schöneres Hautbild. Und für so SOS-Notfälle ist das auf jeden Fall super. Allerdings muss ich sagen, hier sind, ich weiß gar nicht, es sind auf jeden Fall 36 Patches drin. Das heißt, wenn ihr jetzt so richtig mit Akne zu tun habt und euer ganzes Gesicht damit einkleben würdet, dann wird das auf Dauer ziemlich teurer werden. Aber wenn ihr jetzt irgendwie nur, ich weiß nicht, 4 Stück pro Tag benutzt, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Oder ihr beklebt einfach nur eure besonders schlimmen Pickel damit. Ja, dann habe ich noch 2 Pflegeprodukte. Und zwar habe ich jetzt noch dieses hier, das ist von Douglas, also von Dr. Jart, um es genau zu nehmen. Und das sind die sogenannten Trans-Foam-Clay-Masken. Das heißt, das ist erst eine Maske, die wird richtig hart mit Tonerde. Und dann, wenn ihr das abweicht, wird das so ein Cleanser, so ein Schaum. Und ich sage euch, ich habe noch nie so ein gutes Produkt benutzt. Das sind jetzt 3 Stück, die haben alle unterschiedliche Wirkungen. Und zwar gibt es einmal White, Calming White, das ist halt einfach, um eure Haut zu bergen. Dann ist Moisturizing Pink, ja, um eure Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und Refreshing Green, um eurer Haut so einen gesunden Glow zu geben. Und mein Lieblingsprodukt ist daraus tatsächlich das Pinke. Ich hatte noch nie so eine tolle Haut. Wenn ihr eure Haut nachher anfasst, das hat halt auch so einen Peeling-Effekt, dann ist die so weich. Also, ich war noch nie so begeistert von einem Produkt. Vor allem, da ich eigentlich nicht so gerne Masken mag. Aber das hier ist echt super. Die ganze Packung kostet 25,99 Euro. Ihr könnt aber auch das Pinke einzeln kaufen für 10,99 Euro. Und wenn man das bedenkt, ich hatte damals eine Probepackung. Ich glaube, da war echt nicht viel drin. Also, ihr kommt auf jeden Fall mit einer so einer Tube, wenn ihr das jeden Tag benutzen würdet, einen halben Monat aus. Und dann ist es letzten Endes nicht teurer als so eine DM-Tuchmaske, falls ihr den jeden Tag benutzen würdet. Ich benutze das so jeden zweiten Tag, meistens morgens. Und danach lässt sich auch die Schminke viel besser auftragen, weil ihr einfach ein viel ebenmäßigeres Hautbild habt. Dann komme ich noch zu einer SOS-Lippe für die Lippen. Und zwar ist die von Sephora. Kostet, ich meine, so 3 Euro. Und ich habe wirklich Probleme mit Lippen, die sich andauernd pennen. Was nicht gut ist, wenn man gerne Liquid Lipstick trägt. Aber diese Maske hat mir super geholfen. Ich habe die nur einmal benutzt und danach war es so viel besser. Also, die kann ich euch echt ans Herz legen. Müsst ihr natürlich jetzt auch nicht jeden Tag machen. Einmal in der Woche reicht vollkommen. Und tolles Produkt, wirklich. Für tagsüber habe ich hier dieses Lip-Balsam von Tony Moly. Und zwar ist das Banana Lip Balm. Das ist ziemlich zäh. Das hat hier vorne so ein kleines Loch und da muss man schon echt drauf drücken. Aber dadurch, dass es zäh ist, ist es auch sehr reichhaltig. Es riecht nach Banane. Also, wenn ihr das nicht mögt, dann lieber nicht. Ich glaube, es schmeckt auch sogar nach Banane. Auf jeden Fall ist das ein echter Lip-Bretter. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen wollte, ist Make-Up-Entferner. Und zwar ist dieser hier von Nivea. Für wasserfestes Make-Up. Genau. Der kostet... Das Letzte, was ich euch vorstellen wollte, ist dieser Make-Up-Entferner für wasserfestes Make-Up. Kostet 2,85 Euro. Ist von Nivea. Und ich habe immer das Problem gehabt, wenn ich mir... Also, ich benutze ja vor allem wasserfeste Wimperntusche, wie ihr vielleicht wisst. Weil diese Wimperntusche sonst erstens hier so mega kletschig bei mir wird. Und meine Wimpern auch nicht oben hält. Das heißt, wasserfeste Wimperntusche rettet mich da. Aber man hat immer echt Probleme, die abends abzubekommen. Und ich hatte immer das Problem, dass meine Augen nachher richtig gereizt waren. Dass es hier weh getan hat. Und das habe ich bei diesem nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich meine Technik, mich abzuschminken, so ein bisschen geändert habe. Und das ist auch ein ganz großer Tipp an euch. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr beachten solltet. Ihr nehmt euch halt so ein Wattepad, gebt dann das Produkt drauf. Und jetzt anstatt das einfach abzureiben ganz schnell, macht ihr folgendes. Ihr nehmt gut Produkt auf das Wattepad, legt es drauf und lasst es einwirken. Ihr seid dann zwar, wenn ihr das in beiden Augen gleichzeitig macht, zwischenzeitlich blind. Aber lasst es so drei Minuten einwirken. Denn nur dann hat das Abschminkprodukt tatsächlich Zeit, eure Wimperntusche wasserlöslich zu machen. Beziehungsweise zu zerlegen. Und dann macht ihr, wenn ihr das hier drauflegen habt, macht ihr so ganz sanfte kleine Kreise. Also jetzt nicht so reiben und das Auge reizt, sondern ganz, ganz, ganz fein. Und dann nehmt ihr das ab und dann werdet ihr sehen, dass schon echt viel von dem Make-Up verschwunden ist. Das Ganze macht ihr dann einfach nochmal. Und wenn dann noch nicht alles ab ist, könnt ihr das Ganze so ein bisschen falten und dann hier die Reste nochmal abmachen. Das wird euch auf jeden Fall helfen, dass euer Auge viel weniger gereizt ist. Und es ist letzten Endes auch schneller. Das waren meine Produkte für Unreine und Michhaut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es ist echt super wichtig, dass ihr die richtigen Produkte für euren Hauttypen benutzt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle Produkte findet ihr unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert doch gerne meinen Channel und guckt auch mal bei Instagram vorbei. Habt euch lieb. Tschüss!